So, wir beschäftigen uns jetzt mit dem Google Assistenten. Ich habe hier oben in der Ecke schon die App installiert, so dass das jeder sehen kann, wie diese App ausschaut. Und ich möchte gleich vorweg einmal sagen, dass der Google Assistent zwar ein Sprachassistent ist, aber nicht dasselbe ist wie dieses Mikrofon, das wir hier in der Google Suche kennen. Also das sind zwei unterschiedliche Dinge. Es ist zwar beides eine Spracheingabe, aber hier die Spracheingabe bei der Google Suche dient wirklich rein nur, um Sprache in Text umzuwandeln und der Google Assistent ist auch dafür gemacht, eben um Befehle auszuführen. So, wenn wir jetzt den Google Assistent aktivieren, dann müssten wir sagen, okay Google, das wird jetzt allerdings nicht funktionieren, weil ich eben gerade eine Aufnahme mache, aber grundsätzlich, wenn er schon installiert und eingerichtet ist, dann funktioniert es so, dass man sagt, okay Google und dann erscheint eben dieses Fenster unten. Also der Google Assistent kann mich jetzt zwar vermutlich nicht hören, weil ich mein Mikrofon deaktiviert habe, aber grundsätzlich, wenn ich sage, okay Google, dann kommt dieses Fenster unten, beziehungsweise werden das auch viele kennen, wenn man unabsichtlich zu lange in der Mitte auf der Taste bleibt, dann aktiviert sich der Google Assistent auch und dann ist immer dieses Kasterl da und keiner weiß, wo es auf einmal herkommt. Also jetzt ist das Rätsel ein für allemal geklärt. Es ist der Google Assistent und man könnte ihn auch deaktivieren und ausschalten, damit das nicht passiert, wenn man quasi zu lange auf der mittleren Taste bleibt. Gut, also grundsätzlich den Vorgang, der ist immer dasselbe, man drückt dann eben auf das Mikrofon oder sagt okay Google und dann sagt man das, was man gerne von dem Assistenten möchte, zum Beispiel okay Google, wie ist das Wetter morgen in Baden, zum Beispiel, genau und jetzt zeigt er mir zum Beispiel sämtliche Ergebnisse für das Wetter morgen in Baden an. Also so vom Prinzip her, so funktioniert das mit dem Google Assistenten, mit dem Sprachbefehl. Wenn wir jetzt zurückgehen und lange auf diese Assistenten-App draufdrücken, sodass dieses graue Kästchen erscheint, das heißt ich bleibe lange drauf, weil irgendwann will ich vielleicht eine Einstellung vornehmen und entweder sage ich zu meinem Google Assistenten, öffnet die Assistenten Einstellungen, dann öffnet er es von selber oder ich bleibe eben lange mit dem Finger auf der App drauf und kann dann auch in die Einstellungen gehen. Und hier kann ich doch relativ viel einstellen, nämlich zum Beispiel ganz oben könnte ich hier, könnte ich den Google Assistenten lernen, wie ich mich anhöre, dass er eben nur auf meine Stimme hört. Dann haben wir noch einige Punkte, die wir eh von der Siri schon kennen, zum Beispiel, dass man den Assistenten auch verwenden kann, wenn der Bildschirm gesperrt ist. Hier kann ich ihn personalisieren und personalisieren kann ich ihn natürlich immer nur dann, wenn ich auch mit einem Google-Konto eingeloggt bin, so wie wir es da rechts oben sehen. Das heißt, ich kann ihn zwar grundsätzlich auch ohne Google-Konto nutzen, aber dann halt sehr eingeschränkt. Dann, wenn wir da weiter nach unten scrollen, natürlich habe ich auch verknüpfte Geräte, also das heißt, da kommen wir dann nachher dazu bei den Smart Homes. Ich kann natürlich mehrere Geräte über den Google Assistenten speichern. Und jetzt haben wir da verschiedene Punkte, zum Beispiel die Abläufe, das werde ich gleich herzeigen. Dann kann ich hier einstellen, wie mich mein Assistenten nennen soll. Also, ich kann mich zum Beispiel mit meinem Namen ansprechen lassen und so weiter und so fort. Die allgemeinen Einstellungen, eben, wenn wir drauf gehen, so wie wir es von der Siri auch schon können, erkennen. Hier kann ich verschiedene Dinge einschalten oder ausschalten, wie ich mir das eben vorstelle, mit dem zusammenzuarbeiten, mit diesem Google-Assistenten, beziehungsweise kann ich beim nächsten Punkt halt auch die Stimme verändern. Und bei Aufgaben und Erinnerungen, das heißt, wenn ich dem Google-Assistenten zum Beispiel sage, schreibe eine Notiz oder setze eine Erinnerung für Medikamente einkaufen, dann würde das auf die Aufgabenliste gesetzt werden und die würde ich dann halt da drinnen finden. Beziehungsweise gibt es auch beim Google-Assistenten wieder die Möglichkeit, Bedienungshilfen einzurichten, so wie wir es auch schon bei der Siri gesehen haben. Aber jetzt möchte ich gerne noch zum Ablauf gehen kurz. Also ich habe zum Beispiel einen Ablauf eingerichtet, wenn ich nach Hause komme. Das schaut dann so aus, dass wenn ich nach Hause komme, habe ich jetzt eingestellt, dass er mir das Wetter sagen soll und dann Musik abspielen soll. Also wenn ich nach Hause komme, dann sage ich, dann aktiviere ich den Assistenten, dann sage ich, okay, Google, okay, Google, ich bin jetzt zu Hause. Hallo, willkommen zu Hause. Aktuell ist es in Berndorf, Niederösterreich teilweise bewölkt bei 25 Grad. Heute wird es teilweise bewölkt bei Temperaturen zwischen 12 und 25 Grad. Okay, welche App möchtest du verwenden? So, also das wäre jetzt so ein Beispiel für einen Ablauf mit dem Google-Assistenten. Das heißt, ich habe das einfach irgendwann einmal eingestellt, dass er mich eben begrüßen soll, wenn ich ihm sage, dass ich nach Hause komme, mir das Wetter sagen soll und dann eben Musik abspielen soll. Und das kann ich dann eben personalisiert einstellen, welche Musik auf welcher App und so weiter und so fort. Und genau diese Abläufe könnte ich auch zum Beispiel für den Morgen anlegen, also in der Früh. Dann könnte ich zum Beispiel sagen, wenn ich dem jetzt guten Morgen sage, dass er mir zuerst den Wetterbericht sagt, dann einen Witz vorliest oder erzählt, dass er mir dann meine Termine aus dem Kalender sagt und so weiter und so fort. Und hier könnte ich dann auch einstellen, keine Ahnung, wenn ich zum Beispiel das Morgenmagazin von Ö1 hören möchte oder irgendwas dergleichen, dann könnte ich das alles da eingeben und dann eben mit Speichern bestätigen. Und dann, wenn ich in der Früh munter werde, sage ich eben, okay Google, guten Morgen. Und dann wird quasi diese Aktionenliste losgetreten. Das war jetzt einmal der Google-Assistent. Mit ein paar wichtigen Funktionen, die wir bei der Siri jetzt noch nicht gesehen haben. Und jetzt kommen wir gleich zu noch einem Sprachassistenten, der die Smartphones betrifft. Das war jetzt.